Mit diesen Tricks sparst du unglaublich viel Zeit bei der Erstellung deiner Etsy-Produkte beziehungsweise bei der Erstellung der Listings für deine Etsy-Produkte. Hi und willkommen, ich bin der Max und auf diesem Kanal bringe ich euer Online-Business auf das nächste Level. Heute geht es um das Thema Etsy und wie man da schneller Produkte hochladen kann. Was gibt es so für Workarounds? Ich wurde nämlich letztens auf Instagram gefragt. Übrigens, es gibt einen neuen Instagram-Account, Online-Business-Next-Level. Da könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen. Vielleicht wird es dann sogar ein Video oder ihr kommt in meine exklusive Community mit rein. Checkt auf jeden Fall den Instagram-Kanal aus. Da erfahrt ihr auch immer Neuigkeiten und Neuerungen rund um das Thema Etsy und Online-Business. Und falls ihr mal den ein oder anderen Tipp auf YouTube verpasst habt, dann seht ihr ihn vielleicht da noch. Der Thomas hat mir nämlich geschrieben, moin Max, danke für deine hilfreichen YouTube-Videos. Sehr, sehr gerne. Ich selbst habe dank dir einen kleinen Etsy-Shop mit digitalen Travel-Postern ans Laufen gebracht und möchte diesen nun weiter ausbauen. Dazu eine Frage. Es gibt Jobs wie diesen hier, den schauen wir uns gleich mal an, die massenhaft Poster online haben. Hast du eine Idee, mit welchem Workaround oder Automatisierung die es schaffen, so viele Produkte online zu haben? Ich habe mir den Shop angeschaut und ja, es gibt ein paar Dinge, die ich euch zeigen kann, wie man einfach so Listings schneller erstellen kann und sich dadurch einfach einen Workload an Arbeit spart. Und das schauen wir uns jetzt an. Also gut, der Shop sieht so aus. Posterjourney.de hat insgesamt 629 Verkäufe. Und hier sehe ich schon Artikel, alle Artikel, 573 Artikel. Also das ist wirklich schon eine Menge. Und wenn wir hier reinschauen, es gibt eine Menge Travel-Poster. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Hat sogar so eigene Kategorien. Einerseits die Produktbilder. Wir sehen hier, das ist hier auch immer dasselbe. Wenn wir hier jetzt mal auf das zweite Bild gehen, auch das Bild finden wir hier. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich gemacht hier auch. Hier sind so ein bisschen die zwei Leute haben wir auch hier nochmal. Also es sind immer wieder dieselben Fotos. Das heißt, hier wird auf jeden Fall mit Mock-Ups gearbeitet. Also das ist nicht ein richtiges Produktfoto. Da wird einfach nur das Bild eingefügt. Und so Mock-Ups, das findet ihr entweder auf Canva direkt. Da schaut ihr einfach mal, wenn ihr Canva nutzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei Canva Mock-Ups Poster eingeben, dann finden wir hier schon ein paar. Und da können wir einfach draufklicken, passe diese Vorlage an. Und wenn wir jetzt ein Poster haben, ich nehme jetzt einfach bloß einen Social-Media-Poster von mir, weil er gerade bei Uploads drin ist. Wenn das jetzt sagen wir mal unser Poster ist, dann kann ich das einfach einfügen. Und es sieht so aus, wie wenn hier das Poster hängen würde. Also so wurden die Poster hier gemacht. Natürlich ein bisschen professioneller. Das Ganze haben die bestimmt, lasst mich raten, vielleicht sogar selber auf Etsy gefunden. Diese ganzen Mock-Ups. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einfach bei Etsy Mock-Up Poster eingebt, dann kommen hier unzählige Sachen. Hier 160 plus Mock-Ups. Und da seht ihr, so kann man das dann auch einfach einfügen. Ich weiß nicht, ob genau das das ist, das der Kollege auch gekauft hat in dem Sinne. Aber hier habt ihr einfach 205 verschiedene Mock-Ups, wo ihr euer fiktives Poster dann einfach einfügen könnt. Und dann sieht es so aus, wie wenn es tatsächlich halt an der Wand hängen würde. Also ihr müsst dann nicht diese kompletten Fotos selber machen und auch das Produkt im Endeffekt nicht extra erstmal selber ausdrucken. Und das Ganze funktioniert einfach super easy. Also es sieht schon halt sehr, sehr cool aus. Und dann kann man einfach was Passendes finden zu seinen Vintage-Bildern zum Beispiel. Oder du kannst das Ganze auf Mock-Ups. Gibt es zum Beispiel auch für Wall-Art. Es gibt Mock-Ups für T-Shirts zum Beispiel. Da kannst du dir das alles runterladen. Zu den Mock-Ups aber ein kleiner Hinweis. Ich habe ja doch viele Stimmen aus der Community. Und viele sagen ja gerade, dass ihre Etsy-Shops irgendwie aus unergründlichen Gründen geschlossen worden sind. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass ein Hinweis so Mock-Ups eben sein könnten. Also dass einfach sehr viele Mock-Ups benutzt wurden und keine echten Bilder hochgeladen wurden. Bei dem Shop scheint es ja kein Problem zu sein. Deswegen ist es vielleicht jetzt auch nicht die Regel. Falls ihr da Erfahrungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, dem ist ein Etsy-Shop, der schon ein bisschen länger da war. Auch irgendwie welche Produkte und so. Was da jetzt passiert ist, dass es zu dieser Etsy-Schließung gekommen ist. Um das einfach auch nochmal vielleicht aufzuklären, aufzugreifen. Weil anscheinend geht es doch recht vielen so, dass ihre Shops relativ schnell geschlossen werden. Und sie wissen gar nicht warum. Sie haben keinen Kontakt zu Etsy. Man kriegt über den Support oder über den Chat auch überhaupt nichts irgendwie raus. Ja und damit ist das Etsy-Thema eigentlich für viele dann relativ schnell wieder gestorben. Und wir wissen nicht genau warum. Und ich weiß nicht, ob ein Problem eben Mock-Ups sein könnten. Aber wie gesagt, bei diesem einen Shop ist es jetzt kein Problem. Aber ich wollte es in dem Sinne mal noch erwähnt haben. Also halten wir fest, mit den richtigen Mock-Ups könnt ihr super schnell innerhalb von Sekunden super schöne Produktbilder erstellen. Und das einfach nur, indem ihr euer Foto oder euer Poster hier reinzieht. Und dann habt ihr in Windeseile echt schöne Produktbilder. Wie gesagt, das Ganze gibt es eventuell auch kostenlos bei Canva. Teilweise sind vielleicht Pro-Accounts mit dabei, wo man dann einen Pro-Account braucht. Aber im Endeffekt funktioniert das sehr, sehr ähnlich. Man kann jetzt hier, ich habe jetzt hier meine Social-Media-Posts, die könnte ich zum Beispiel jetzt hier reinfügen und das Ganze so als Vorschaubild machen, wenn ich jetzt eigene Social-Media-Posts verkaufen möchte. Vorteil bei so einem gekauften Bundle ist halt, dass schon alles irgendwie zusammenpasst. Oder man bastelt sich es halt auch einfach selber, je nachdem, wie man da so auch grafisch basiert ist. Und das ist auch immer das, wo mich Leute fragen, hey, wieso gibt jemand Geld aus für Produkte, die er eigentlich theoretisch selber auf Canva stellen kann. Und da sage ich immer ganz klar, Zeitersparnis oder einfach die Skills, die man selber nicht hat. Man hat selber nicht dieses grafische Auge, das schön darzustellen. Und dann kauft man es einfach von jemandem, der es besser kann. Dann sieht es trotzdem gut aus. Man spart sich eine Menge Zeit, eine Menge Ärger und gibt dafür halt ein paar Euro aus. Und deswegen funktionieren halt auch digitale Downloads auf Etsy sehr, sehr gut. Dann kommen wir zum nächsten Workaround. Ich habe euch ja schon mal gesagt, also es ist immer gut, wenn man einen Etsy-Shop in einer Nische hat, wenn man ähnliche Produkte hat, wenn es einfach irgendwie in sich schlüssig ist. Also der Shop hat es sehr, sehr gut gemacht. Es gibt Poster, es gibt sogar nur Travel-Poster. Und dadurch ist es natürlich auch einfacher, schneller Produkte und Listings online zu stellen. Und zwar mit diesem Tipp hier. Wusstet ihr, dass man Produkte kopieren kann? Um euch das Ganze vorzuführen, habe ich jetzt einfach mal ein Testprodukt erstellt. Und zwar dieses, ja, ich sage es mal Social Media Templates. Stellt euch einfach vor, dieser Artikel ist bei euch jetzt im Shop schon drin, schon online. Hier haben wir den Titel zum Produkt. Wir haben ein paar Bilder. Natürlich die Bilder auch immer ausfüllen komplett und immer auch ein Video reinmachen. Dann haben wir hier den digitalen Artikel zum Download. Hier natürlich eine schöne Beschreibung SEO optimiert, die natürlich zum Artikel passt. Noch die Beschreibung vom Produkt, den Preis. Und hier bei den Tags auch wirklich alles ausfüllen. Hier in den Tags habe ich euch auch ein paar Hinweise gegeben, wie man das machen soll. Zum Beispiel, dass man eben die Suchleiste nutzen soll. Übrigens Video liken nicht vergessen. Materialien. Ich mache jetzt mal auf Entwurf speichern. Und wenn ihr jetzt ein Produkt habt, wie zum Beispiel ein Poster, dann geht ihr hier einfach auf das Zahnrad, klickt auf Kopieren. Und schon habt ihr eine Kopie von diesem Artikel erstellt, wo einfach komplett das gleiche drin ist. Und das heißt alles, was auf den neuen Artikel auch passt. Das heißt die kompletten Tags, wie zum Beispiel Travel Poster jetzt. Wenn wir bei diesem einen sind, Travel Poster. Oder Poster von, er hat drei verschiedene Paris Poster. Dann kannst du fast das komplett selbe Listing nehmen. Kannst vielleicht noch ein bisschen abändern hier und da. Du machst dann einfach nur noch ganz kleine Abänderungen. Wie zum Beispiel, dann machst du halt hier statt beige, machst du halt dann braun. Hier klar, änderst du einfach nochmal. Das musst du halt einfach manuell machen. Das geht nicht automatisch. Löscht du halt die Bilder raus. Aber vielleicht hast du auch ein Bild drin, das immer so als Füllerbild gilt. Wie zum Beispiel, passen dazu auch im Shop ein Social Media, ach da ist ein Rechtschreibfehler drin, egal. E-Book, weil du hast vielleicht auch noch andere Produkte im Shop, die du gerne bewerben würdest oder andere Angebote. Und für das aktuelle Produkt brauchst du gar keine zehn Bilder, aber du sollst die zehn Bilder voll machen. Also nutz diese Spots, die du noch frei hast, zum Beispiel für sowas. Das musst du dann nicht jedes Mal nochmal hochladen, weil es ist ja schon mit drin. Also hier das rauslöschen und deine neue Datei, dein neues Produkt hochladen. Die Beschreibung halt ein bisschen anpassen, je nachdem. Gebe ich euch auch gleich nachher noch einen Tipp. Vielleicht musst du auch nur ein, zwei Wörter abändern. Schon Preise, das steht alles schon drin. Und auch die Tags, je nachdem, ob noch neue Tags dazukommen müssen, die dazu nochmal mehr passen, die nochmal spezifischer sind aufs Produkt. Aber wenn das Produkt sehr, sehr ähnlich ist, Travelposter, sonst irgendwas, dann kannst du das eigentlich hauptsächlich drin lassen. Auch da kann man natürlich sagen, okay, die fünf Tags lasse ich, die anderen probiere ich jetzt ein bisschen rum. Und hat dann so ein paar kleine Abwandlungen drin und hat natürlich dann auch mehr Chancen, allgemein auf Etsy und SEO gefunden zu werden. Und dann kannst du schon die Kopie mit Veröffentlichungen hochladen. Ich mache jetzt nur als Entwurfsspeichern, ich will das Produkt ja jetzt nicht online stellen. Aber dann hast du jetzt schon ein komplett neues Produkt erstellt. Da hast du aber nur irgendwie die Hälfte der Arbeit, weil du nicht die Tags komplett nochmal mit einfüllen musst. Und du hast schon eine richtig, richtig gute Vorlage und sparst dir damit unglaublich viel Zeit. Und wenn wir jetzt nochmal bei diesem Beispielshop vorbeischauen und uns hier die Beschreibung anschauen, dann ist das schon sehr auf das Poster angepasst und auf bestimmte Keywords getrimmt. Hier unten aber ist was, was auf jedes Produkt passt. Und das ist natürlich auch, das müsst ihr dann beim Produkt nicht nochmal neu rauslöschen. Schaut, das ist hier nämlich auch wieder drin beim anderen Produkt, beim nächsten Produkt. Und was natürlich auch ein Workaround ist, was ich hier jetzt irgendwie schon ein bisschen rauslese und wir testen das gleich mal. Dieser Text hier, der klingt mir schon sehr nach ChatGPT. Das heißt, ihr könnt natürlich auch ChatGPT nutzen, um eure Artikelbeschreibungen zu schreiben. Wir fragen aber einfach mal ChatGPT selber, hast du diesen Text geschrieben? Ja, diesen Text habe ich geschrieben. Also, da ist es natürlich auch so, ChatGPT kann euch eine Hilfe sein. Schaut es aber auf jeden Fall auch immer nochmal durch. Passt nochmal Sachen an. Hier steht wahrscheinlich, dass er beschreibt die Schönheit und den Charme von Brücke sowie Inspiration hinter einem Reiseposter, das die Atmosphäre der Stadt einfängt und als Dekoration dient. Vielleicht wurde genau das in ChatGPT reingeschrieben und dadurch wurde dann diese Beschreibung für den Artikel gemacht. Spart euch natürlich auch eine Menge Zeit. Schaut immer nochmal drüber, guckt das nochmal. Vielleicht was ein wenig Persönliches, vielleicht ein bisschen abändern. Aber stellt euch vor, ihr müsstet für 500 Artikelbeschreibungen schreiben. Dann ist natürlich auch ChatGPT eine krasse Hilfe, die richtigen Keywords mit einzubauen, die ihr vorgebt und euch einfach damit zu unterstützen. Welche dieser drei Tipps habt ihr schon für eure Etsy-Listings angewendet? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch wieder weitergeholfen und es war ein Mehrwert mit dabei. Ich würde mich unglaublich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir gerne auch auf Instagram. Schreibt mir auch gerne eure Fragen. Vielleicht wird ja eure Frage auch das nächste Videothema. Falls ihr noch weitere Etsy-Tipps sucht, die findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox und auf meinem Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao.